Jetzt werde ich wieder gestalkt. Das ist uncool. Geh doch mal bitte von meinem Fenster weg. Bitte. Bitte etwas schneller. Noch schneller. Noch schneller. Ja, fast bist du weg. Noch ist weg bei dir. Okay, jetzt ist es weg. Hi Leute, zurück zu einem neuen Video von mir. Und heute gibt es den zweiten Teil von eure Musical.ly. Also nicht Cicis Reaktion oder so. Ich mache heute wieder eure Musical.ly nach. Ihr habt den ersten Teil ganz schön gefeiert, womit ich echt nicht gerechnet habe, weil ich echt das Gefühl hatte, dass es irgendwie uninteressant für euch ist. Aber anscheinend ist es das doch nicht. Deswegen machen wir heute den zweiten Teil. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video. Und los geht's. Ich denke, das könnte ich hinbekommen. Ich denke, das könnte ich hinbekommen. Okay, gucken wir uns jetzt nochmal neu an. Ich habe es wieder vergessen. Ich bin... Ich bin... Oh, won't you stay with me Cause you're all I need I don't want you to leave while you hold my hand Oh, won't you stay with me Cause you're all I need Es ist gut, dass wir nicht wie die anderen sind Und es ist gut, dass du mich nimmst, wie ich wirklich bin Ich kann verstehen, dass wir für andere die anderen sind Aber egal, egal Denn wenn sich alle verändern Okay Kann ich hinbekommen Mal so ganz nebenbei, übrigens kenne ich den Song gar nicht Egal Es ist gut, dass wir nicht wie die anderen sind Und es ist gut, dass du mich nimmst, wie ich wirklich bin Ich kann verstehen, dass wir für andere die anderen sind Aber egal, egal Es ist gut, dass wir nicht wie die anderen sind Und es ist gut, dass du mich nimmst, wie ich wirklich bin Ich kann verstehen, dass wir für andere die anderen sind Aber egal, egal Denn wenn sich alle verändern Voll der Fame, man Man merkt echt, dass ich den Song nicht kenne Okay, kommen wir zum nächsten Es ist ich Von allem, was dich umgibt Sag, erkennst du nicht Dass es dich besiegt Denn glaub mir, es kann kommen Es ist, das ist okay Okay Okay, 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 okay Let's do this Scheiße, ich war viel zu spät Lassen wir das mal durchgehen Okay Übrigens Falls euch aufgefallen ist Ich habe meinen Spiegel abgedeckt Weil ich so viel in die Kommentare geschrieben habe Wer guckt auch die ganze Zeit in den Spiegel Deswegen ist er jetzt abgedeckt Scheiße, ich kann nicht tanzen Ich habe zwar jemanden, der da im Hintergrund irgendwie mitmachen kann Aber ich kann das ja auch alleine machen Forever alone Ich mache es gerne allein Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Ich bin gar nicht überwürdig, jetzt kann ich da mal direkt neu machen. Wuhu! Das ist immer so komisch mit diesen Posen vorm Gesicht, jeder macht das. Vor allem auch wenn ich gefragt werde, hey siehst du können wir ein Foto machen, dann geht es immer so die Hand vor das Gesicht. Ich nenne das immer so Tumblr-Pose. Okay, ich würde sagen wir machen jetzt noch ein einziges und dann was das auch. Let's just name it me. Das ist so schwer, ich würde am liebsten euch alle mit in mein Video nehmen, aber das geht ja doch nicht. Das ist so schön. Egal, wir machen jetzt einfach weiter. Das war, glaube ich, so der größte Fail. Ich weiß, dieses Musical hier habe ich wirklich überhaupt gar nicht hinbekommen. Aber es ist egal, ich habe es wenigstens versucht. Das war es mit dem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ihr einen dritten Teil möchtet, dann gebt dem Video doch einen Daumen nach oben. Oder schreibt es mir in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns in meinem nächsten Video wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Bye. Mein Merch ist in der Infobox verlinkt. Diesen Pudding, den ich hier gerade trage. Okay, man sieht nichts. Ich zeige ihn euch. Dieser. Den gibt es auch in meinem Merch zu kaufen. Also, falls ihr noch nichts gekauft habt und falls ihr die Sachen cool findet, dann schaut doch in die Infobox. Da ist er immer verlinkt. Und dann sehen wir uns in meinem nächsten Video wieder. Danke fürs Zusehen. Bye. 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 Bis zum nächsten Mal.